Karl, du warst ja in deiner Jugend auch ein ziemlicher Spar. Naja, das war eigentlich der Grund, warum ich mit dem Training begonnen habe. Es war ziemlich schmal, schmal gepickt kann man sagen, untergewichtig und überhaupt nicht trainiert. Und das Interesse ist angekommen, wie ich einmal die ersten Filme gesehen habe. Der Herkulesfilme. Und da war ich ein totaler Bewunderer von dem. Das kann nicht echt sein. Und dann in weiterer Folge habe ich dann die ersten Athleten in Grazau rummengesehen. Und das hat mich dann furchtbar motiviert. Das heißt, es ist dann so weit gegangen, dass wir eine kleine Gemeinschaft waren und da haben wir uns ein bisschen eine Geräte angeschafft. Und haben dann so ein Trainieren begonnen. Und ich kann jedem raten. Das heißt, wenn er mit dem Training beginnt, der nicht die Erwartungen sehr hoch schraubt, sondern einmal ein ausgewogenes Training probiert und einmal mit den Gewichten umzugehen lernen. Und dann wichtig ist, dass man dann eine gute Anleitung hat, einen Trainer hat, der an die Übungen zeigt, dass man das auch richtig macht. Was haltest du jetzt von Leuten, die andere verspotten, weil sie so dünn sind? Es gibt auch Leute, die sich da unheimlich schwer tun. Die Probleme haben, Gewicht zuzulegen. Und dann muss man eben geduldig sein. Das heißt, man muss ihm auch die Gelegenheit geben, dass er sich von der Ernährungseite her, dass er da die Ernährung umstellt, dass er sich gut ernährt. Dann wird es schon kommen. Das heißt, besser ist es, langsam zuzulegen, zuzunehmen, schnell zuzulegen. Das heißt, die Ernährung spielt die größte Rolle dabei. Nicht irgendeinen Schmorden reinhauen oder Junk-Foot, damit man Gewicht zulegt, sondern schaut eher auf Qualität, langsam zuzunehmen und ziemlich eine fettfreie Masse aufbauen. Für die Leute, die sich nicht unbedingt in ein Fitnesscenter trauen, gibt es auch die Wegenheit, dass man Heimtraining startet. Das heißt, man kann sich die Übungen übers Internet oder verschiedene Fachbücher, da gibt es ja genug am Markt, die Übungen anschauen. Und man kann auch mit eigenem Körpergewicht, das heißt mit eigenem Gewicht und leichte Gewichte oder Thera-Bänder die Übungen ausführen. Und da auch schon eine massive Muskelmasse. Das heißt, eine gut durchtrainierte Muskelmasse aufbauen. Wenn ihr mehr Videos sehen wollt, dann abonniert unseren Videokanal und gebt den Daumen nach oben. Hol dir jetzt unser E-Book. Gold School Bodybuilding. Alter ist nur eine Zahl.